Freunde, zwei Tage noch und dann ist Heiligabend und der heute Tagesimpuls, Gelassenheit kommt von der lieben Nela, meiner besten Freundin und ich mache es mal umgekehrt, was verstehst du unter Gelassenheit? Ich habe mal ganz ehrlich unter uns gesagt, wenn im Leben mal etwas nicht so happy peppy ist oder du Stress hast oder du einfach mit Dingen nicht fertig wirst, weil du da und vorne irgendwie die Zeit und es rennt davon, dann nimm es mit Gelassenheit. Das ist ganz okay ab und zu. Zug nicht gleich wegen jeder Kleinigkeit aus, sondern atme mal dreimal tief ein und aus, nimm es mit Gelassenheit und es folgt der nächste Tag. Und sollte, wie gesagt, irgendwann einmal etwas nicht passieren, so wie du es gerne hättest oder irgendwas nicht rundlaufen, dann nimm es mit Gelassenheit, gerade auch zu Weihnachten, einfach mal den Stress ein bisschen abschalten. Was hältst du von Thema Gelassenheit? Was sagst du dazu? Schreib es mir unten in die Kommentare. Ich wünsche dir einen wunderschönen Donnerstag und alles Liebe.